So, willkommen zu der neuen Folge Pokemon Go und ich bin müde, ich bin tot, ich habe keine Lust mehr. Das ist meiner Meinung nach schwerste Kapitel, schlimmste Kapitel, schlimmste Level, die schlimmsten Aufgaben bis jetzt. Also diese 200 Ladeattacken waren ja schon nervig. Sie waren nicht schwer, sie waren nervig, aber waren nichts im Vergleich zu den 100 Rübeln und 50 Rocket Bossen. Und da muss man auch sagen, das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern das ist auch schon schwer. Es gibt Leute, die schaffen es nicht, die Rocket Bosse zu besiegen. Die verzweifeln komplett daran und dann sollen die die auch noch 50 Mal besiegen. Und um die 50 Mal zu besiegen, müsst ihr für jeden Einzelnen dabei erstmal 6 Rübel besiegen. Also das, es gab ja bei den 200 Ladeattacken, gab es so viele Wege, wie man das cheaten kann, sich das schmuggeln, indem man sagt, man nimmt einfach einen zweiten Account und man nimmt einfach einen WP10 Pokemon und hin und her und sonst was, keine Ahnung. Selbst mit diesen Fange 5 legendäre Pokemon oder so, konnte man ja auch sozusagen sich erschummeln, wenn man eine Meltanbox aufgemacht hat und hat da 5 Meltan gefangen, hat das auch direkt da dazu gezählt. Aber Rocket Stops, du kannst nicht mit einem zweiten Account einfach irgendwas machen, du musst halt Rocket Stops machen. Von vielen habe ich gehört, die haben extra angefangen Radare zu kaufen im Shop. Da hat Niantic natürlich wieder sehr schlau gehandelt, die die Geduld nicht aufgebracht haben, haben sich einfach Radare gekauft. 50 Radare sind 50 Bosse fertig, zack, so muss das sein. Dann sind die Bosse schon fertig und die Rübel werden halt irgendwann danach gemacht. Wir wollen jetzt aber starten, wir wollen den Levelaufstieg heute machen und ich habe euch nochmal Eier mitgebracht, immer noch auf der Suche nach Garnowill. Möchte euch das jetzt zeigen, ich habe immer noch kein Garnowill gebrütet. 7300 Staub, kein XL Bonbon, diesmal ist auch das Glücks, das Sternstück an. Ihr merkt, ich bin wirklich müde, ich bin wirklich tot. Wir haben wieder 9, 12 Kilometer Eier da, starten da rein, haben ein Lavitar bekommen. Komm, da gibt es doch jetzt, es gibt natürlich nichts. Aber 9600 Staub, IV, naja, 2 XL Bomben haben wir schon davon. Wüsste ich gar nicht woher, könnte heißen, dass noch ein Lavitar dabei ist, das sehen wir aber gleich. Ja, das bringt zwei mit, nö, das bringt auch nichts mit, aber 8300 Staub und schlechte IV. Haben wir etwa noch ein Lavitar in der Runde. Das müssen wir uns jetzt reinziehen. Sieht fast so aus wie ein Lavitar, ist auf jeden Fall auch grün. Unratütox, 4800 Staub und bringt sogar ein XL Bonbon mit, okay. Im letzten Mal gab es ja ein 100er Absol aus dem 12 Kilometer Ei. Das war sehr überraschend, damit hätte ich nicht gerechnet. Und, 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 ich will doch nur Garno Will haben, man. Nochmal 28 Bonbons, okay, sehr schön. IV sind auch in Ordnung. Wir müssen aber, was müssen wir denn noch machen? Wir müssen noch ein paar Krypto erlösen, gleich. Wir müssen auch das nächste Kapitel von der Level 43 Forschung abholen. Jetzt habe ich nicht auf die, auf den Staub geachtet, aber ist auf jeden Fall kein 100er. Das wäre nämlich auch noch stark, da ein 100er einfach sich rauszuholen. Und immer noch kein Garno Will, immer noch kein Garno Will. Zurokeks am laufenden Band, auch beim letzten Mal lauter Zurokeks. 9.600 Staub, das klingt gut. Da ist beim Erlösen natürlich einiges draufgegangen. Auch das, diese Aufgabe, das ist in dem Sinne ja auch nicht schwer. Aber es ist teuer. Und normale Spieler werden diesen ganzen Sternenstaub auch nicht mal haben, dieses ganze Zeug zu erlösen. Jetzt hier ein Zurokeks XL Bonbon, also wie viele Zurokeks da einfach rauskommen aus den ganzen Eiern. Aber immer noch kein Garno Will. Ich verstehe es nicht. Wo ist Garno Will, Mann? Wieso haben andere Leute 50 Garno Will? Und ich habe es immer noch nicht geschafft, wenigstens eins zu brüten. Jeder sagt, Ramses, komm, ich habe fünf Stück, ich trade dir eins. Und ich sage, nee, ich will den Pokédex-Eintrag selber holen, ich will den Pokédex-Eintrag haben, irgendwas. Ähm, apropos Pokédex-Eintrag. Achso, es ist nach zwölf, genau. Deswegen ist auch schon. Hier ist diese Level 43 Herausforderung. Die ist ja auch wichtig. Die hätte ich ja abholen können im Stream. Jetzt habe ich gesagt, das mache ich dann irgendwann, wenn ich das nächste Kapitel vervollständige. Jetzt bin ich gespannt, ob es danach eigentlich noch was gibt. Wie viele Kapitel diese Level 43 Herausforderung hat. Das ist ja unabhängig von den Level aufstiegen. Und es geht noch weiter. Oder nicht? Geht es noch weiter? Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Oh, Digga. Alles wieder auf 43. Lande 43 großartige Curveball-Würfe. Entwickle 43 Pokémon. Verschicke 430 Pokémon. Es gibt drei Knurps. 4300 Staub. 4300 EP. Nochmal 4300 EP. 4300 Staub. Also alles auf 43. Alles auf 3. Alles auf 4. Alles auf... Wisst ihr Bescheid? Ist auf jeden Fall ein Brocken. 43 Pokémon entwickeln. Okay. 430 verschicken. Okay. 43 großartige Würfe. Okay. Ist eigentlich interessant. Aber die Belohnung. Wieso gibt es da nicht eine coole Pokémon-Belohnung raus? Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Wir wollen das der Feldforschung. Will ich mal kurz hier die drei wenigstens reingucken, was es ist. Ja. Ein wildes Kabador. Okay. 110 ist, glaube ich, nix. Dann haben wir hier drin ein Seemobs. Da weiß ich die Werte sowieso nicht. Wer kriegt denn schon Seemobs aus den Aufgaben? Und hier haben wir ein... Kabador. 117 Bruder ist, glaube ich, der Wert. Jetzt kommen wir aber zum Levelaufstieg, den wir ja machen wollten. Wir haben die 100 Rübel besiegt. Wir haben die 50 Bosse besiegt. Wir müssen noch 5 Krypto-Pokemoner lösen. Das wollte ich letztens auch mal in einem Stream machen. Wenn ihr hier auf... Also, ihr könnt ja jetzt direkt hier auf... Auf, auf, auf. Zeige mal. Ihr könnt jetzt hier direkt auf Krypto gehen. Da seht ihr eure Krypto-Pokemon. Und da wollte ich letztens in einem Stream ja schon mal ein paar erlösen und aufräumen. Jetzt habe ich da reichlich Platz gemacht, dass ich wirklich nur noch die Familien alle eigentlich auf der Hand habe. Normalerweise habe ich immer gesagt, erlöst nur welche, die 1000 kosten. Mittlerweile muss man einfach 3000 da auch erlösen. Sonst kommt man überhaupt gar nicht mehr voran. Was habe ich denn noch doppelt und dreifach? Bis wohin war ich denn gekommen? Ich hatte... Machollo? Genau. Ach so, habe ich hier noch ein neues gefangen. Na gut, das neue Frische lassen wir drin. Fleckmauern, da musste ich noch eins entwickeln für die Familie. Da hatte ich nämlich ein Laschokin gemacht, aber noch kein Lamos. Ist jetzt auch da. Ansonsten haben wir hier einen ganzen Batzen Muschers rumfliegen. Traumado. Komm, wir erlösen einfach mal ein Traumado so für zwischendurch. Ich gucke auch nicht auf die IV. Die sind mir jetzt auch komplett egal. Selbst wenn ich 100 erlösen könnte. Ach, die kommen eh alle in die Tonne. Von den meisten habe ich 100er auf Level 35 oder so. Irgendwas. Deswegen weg damit. Wie viele das sind. Die muss ich alle noch rausschmeißen. Was ist hier? Owei. Okay, komm, nehmen wir noch ein Owei mit. Erlösen. Da noch eins. Für mich wirklich bis jetzt das schlimmste Kapitel. Selbst diese 20 GBL Kämpfe machen. Das ist so wenig. 20 GBL Kämpfe im Vergleich zu 50 Rocket Bossen. Und vor allem, weil es waren ja nur GBL Kämpfe. Ihr hättet also, selbst wenn ihr verloren habt, hat das ja dazu gezählt. Aber, ja, Hyperliga, Meisterliga, Superliga, das war ja alles einfach nur Gewinne das und das. Was du ja auch gegen den anderen Trainer, wie gesagt, machen konntest. Oder halt diese Ladattacken, den Nervigen, die du aber trotzdem auch so pushen konntest mit irgendwas. Aber ich weiß nicht, wer sich das ausdenkt. Ich will schon gar nicht wissen, was danach jetzt kommt. Das kann ja auch nichts Gutes sein. Die Carbador, das kostet wenigstens 1000. Das können wir mal erlösen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Dann sind wir bei 99 von 100. Ich erlöse 1000. Ich fand schon die Medaille an sich schlimm genug. Aber jetzt muss man für die Medaille gut. Das hat die Medaille ein bisschen gepusht. Jetzt habt ihr halt gleich... Was ist eigentlich das Letzte, was ich hier habe? Achso, das sind die ganzen Sino-Entwicklungen. Hier haben wir noch... Kommt immer ein Schneebedeck als Letztes. Es braucht auch 3000. Schneebedeck. Hauen wir hier noch eins raus. Erlösen das. 100 Kryptos erlöst. Sehr schön. Endlich vorbei. Aber ich weiß gar nicht. Ich war so lange, so weit entfernt von der Medaille. Und jetzt auf einmal... Hauen wir hier 100 drauf. Haben jetzt auch den Level-Aufstieg auf 45. Wir haben... Was ist das? Eine Top-Lade-TM. Eine Top-irgendwas. Zwei XL-Sonderbonbons. Zwei Module. Ja. 40 Bälle. 40 Beleber. Level 45 Kappe. Hm. Vielleicht sieht die ja besser aus. Und wir können uns die auch mal aufsetzen. Mal schauen. Was ist eigentlich mit ihm hier? Gibt es da auch schon wieder eine Spezialforschung? Oder was? Ach du meine Fresse. Ich bin aber noch gar nicht fertig hier. Mit der 43. Und kriege schon zur 45 die nächste rein. Aber da gibt es wenigstens wieder eine Pokémon-Belohnung. 45 Power-Ups bei Pokémon. Jetzt habe ich doch letztens erst welche gepusht. Mann. Man darf einfach wirklich nur das machen, was man braucht. Im nächsten Kapitel kommt sowieso das nächste wieder dazu. 450 gute Würfe. Junge. 45 Pokestops oder Arenen. Okay. Aber das ist ja nur die Spezial-Herausforderung. Was erwartet uns denn hier? Bei den Level 46. Brüte 30 Eier aus. Ja. Landet 50 fabelhafte Würfe. Ja. Mache sieben Tage hintereinander. Ein Schnappschuss eines Pokémon. Okay. Schließe 100 Feldforschungsaufgaben ab. Also 30 Eier ausbrüten. Ist halt wieder nur, wenn man mehrere Brutmaschinen nimmt, geht es schneller. Ansonsten dauert es ein bisschen. 50 fabelhafte Würfe. Okay. Ist schon ein bisschen tricky. Kann man aber leicht natürlich an den Raid-Bossen machen. Wer nur einen Raid-Boss macht, der macht halt pro Tag, sagen wir mal, 5 fabelhafte Würfe. Und das dauert dann auch 10 Tage. Sieben Tage hintereinander ein Schnappschuss. Was ist das? Das ist ein Witz. 100 Feldforschungsaufgaben. Okay. Kann sich auch ein bisschen ziehen. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt so schwer. Da finde ich aber fast sogar die Quest noch schlimmer als den Rest. Also. Ich bin gespannt. Das war es jetzt erstmal. Das ist Level 45. Ihr seht, mühsam geht es weiter. Wie weit seid ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Ich glaube am Freitag. Das heißt, man könnte am Samstag, Sonntag in den Streams natürlich gerade diese fabelhaften Würfe oder so einiges rausholen. Da bin ich mal gespannt. Das machen wir mal. Da könnt ihr dann dabei sein in den Streams von den zwei Sea Days. Wie wir versuchen schön die fabelhaften Würfe noch mitzunehmen, mitzumachen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Level 45 ist im Sack. Level 46. Ahoi. Brause. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. In E contin아아. Ab als St. Ab alsрок. Ab als Schlaf. Ab als Schlaf. Dr Eit. 速omen. Ab als Schlaf.